Ich habe keine Zeit zum Üben. Ach Gott, wie oft habe ich das schon gehört? Komischerweise vor allem, als ich noch in echt unterrichtet habe. Ich höre das bei den Online-Sachen selten. Die Leute sind da erscheinend irgendwie disziplinierter oder sie sagen es mir einfach nicht. Da habe ich auch gerade einen neuen Kurs gemacht, der heißt effektiv Üben. Der ist im Abo schon online und wird wahrscheinlich als Einzelkurs im Januar rauskommen. Mehr sage ich dazu noch nicht. Aber im Abo ist er auf jeden Fall jetzt schon online. Ja, und da habe ich einen Part und den möchte ich dir hier nahe bringen, weil ich denke, dass jeder davon erfahren soll, nicht nur die Abonnenten und nicht nur die Kurskäufer. Und zwar, viele sagen, ach, jetzt habe ich nur fünf Minuten, das lohnt sich gar nicht. Ach nee, jetzt warte ich gerade auf meine Freundin, die wollte eigentlich um 15 Uhr da sein. Und, ah, die kommt bestimmt gleich. Okay, ich denke ja gerade an eine ganz bestimmte Person. Hallo Carmen! Nee, ähm, Freund von mir hat eine... Sie kommt halt oft zu spät. Mehr will ich jetzt gar nicht ausschmücken, ja, und brauche halt irgendwie immer länger, als man denkt. Also, wenn der die Zeit, die er gewartet hat, geübt hätte, mein lieber Herr Gesangverein wäre ja gut. Ja, statt sich aufzuregen. Das, komm doch jetzt endlich näher, hinsetzen, üben. So, genau darum geht es aber heute. Nutze mini kleine Zeitfenster, um dich auf der Gitarre zu verbessern. Dazu ist es nötig, zwei Sachen sind nötig. Erstens, dass deine Gitarre direkt verfügbar ist und sie nicht hingehen muss, die aus dem Case auspacken, die erstmal stimmen, den Verstärker irgendwie hinstellen, anschließen, Kabel anschließen. Das darf nicht sein, ja. Du musst eine Möglichkeit haben, wie das, bumm, Gitarre nehmen, unverfügbar. Deswegen steht hier ein Gitarrenständer. Der ist hier sehr gefährlich, weil da kommen die Kinder dran. Wenn die hier reingehen, können die direkt die Gitarre umschmeißen. Es ist auch schon passiert, ja. Aber der Mensch ist faul. Und bevor ich hingehe, ich muss mich hier lang strecken, um eine von meinen Strandis zu greifen, ja. Und ich muss noch, übrigens habt ihr das kleine Detail hier gesehen. Es ist nur für dich, Daniel. Nee, Spaß beiseite. Und ansonsten muss ich sogar aufstehen, die Kisten von den ganzen Sachen, die letzte Woche gekommen sind, wegräumen und mir dann da eine Gitarre holen. Oder hinten an die Wand, da muss ich auch aufstehen. Und jetzt sagt er, jetzt stell dich nicht so dran. Ja, aber wenn ich hier sitze und warte auf einen Anruf und es ist 15 Uhr, der wollte um 15 Uhr anrufen und ich merke, ja, er ruft nicht um 15 Uhr an. Fünf Minuten geübt. Fünf Minuten geübt. So, stell dir jetzt mal vor, du machst es einmal morgen. Du hast dich fertig gemacht, du hast gefrühstückt. Es hat alles gut geklappt und du musst eigentlich erst in fünf Minuten los. Gitarre schnappen, fünf Minuten üben. Dann, keine Ahnung, hast du vielleicht sogar eine Gitarre in der Mittagspause dabei? Kannst du zehn Minuten üben. Das ist jetzt optional, ja. Dann kommst du nach Hause, bist vielleicht ein bisschen früh, kamst gut durch den Verkehr und, keine Ahnung, fünf Minuten. Schnappen, super. Dann, ja, also, du weißt, worauf ich hinaus will. Dann bist du abends verabredet. Sagen wir mal jetzt mal, jetzt wollen wir es nicht immer auf die Frauen schieben, ja. Auch wenn es für mich super einfach ist, es immer auf die Frauen zu schieben, weil ich weiß aus meiner YouTube Analytics, dass 99% von euch Männer sind und dass die das gut finden, wenn du es auf die Frauen schiebst. Nicht alle von euch, ich weiß nicht, alle von euch. Aber nur mal angenommen, du bist verabredet mit deinem Kumpel Andreas um acht. Er soll dich abholen. Um acht bist du natürlich komplett fertig. Andreas ist aber noch nicht da und schreibt dir, sorry, stand im Stau, ich komme in zehn Minuten. Gitarre schnappen, üben. Weil, was willst du sonst machen? Ganz ehrlich, was willst du sonst machen? Auf dem Handy rumdatteln. Unsinn würdest du machen. Ein YouTube-Video gucken, das hier zum Beispiel. Okay, ich führe das nicht weiter aus. Aber du könntest jetzt auch einfach üben. Zehn Minuten. So, ich habe gesagt, es gibt zwei Voraussetzungen. Erstens, dass du sofort anfangen kannst mit üben, ja, also, dass du irgendwo die Gitarre stehen hast und sofort holst. Du kannst dann auch mal ohne Verstärker üben, ja, wenn das jetzt zu kompliziert ist, Rechner anzuschmeißen oder den Amp vorzuheizen und keine Ahnung, ja, dann kannst du auch mal einfach ohne üben. Zum Beispiel auch auf einer Akustik-Gitarre. Das würde auch gehen, ja. Aber schnell schnappen. Und das Zweite, dass du natürlich auch sofort wissen musst, was du denn üben würdest, wenn du fünf Minuten Zeit hättest. Das kannst du dir in einer ruhigen Minute einfach mal aufschreiben. Und dann fragst du dich einfach, was ist etwas, was ich nicht gut kann, was ich besser können würde. Ich zum Beispiel übe in der Zeit etwas, das nennt sich Selective Picking. Das zeige ich dir mal ganz kurz. Da gibt es auch eine Lektion zu. Und da geht es darum, dass man im Prinzip Hammer-Ons macht mit Picking. Aber das Picking kommt nicht an der Stelle, wo man es normal macht, am Anfang, sondern eher so. Immer so. So, dann nehmen wir mal an, du schaffst es nur einmal am Tag, diese fünf Minuten dir zu nehmen. Dann hast du das über die Woche schon 35, rechne ich jetzt richtig? Ja. 35 Minuten geübt. Das ist mehr als nichts. Und das bringt was. Natürlich bringt es viel mehr, als 35 Minuten am Tag zu üben. Und das siebenmal die Woche. Aber, wie hat mein Großvater immer so gern gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Und was soll die Hauptaussage dieses kleinen Videos hier sein? Setz dich nett hin, scroll mit dem Handy auf Instagram oder YouTube oder noch schlimmer Facebook. Sondern, schnapp dir die fünf Minuten, die du jetzt gerade Zeit hast, auch wenn es dann doch nur eine Minute ist, schnapp dir die Gitarre, üb was. Voraussetzungen, deine Gitarre muss direkt verfügbar sein. Das heißt, wenn du aufhörst zu üben, stimmen sie nochmal. Also, wenn du deine langen Übesessions machst, am Wochenende zum Beispiel, stimmen sie nochmal, dass die gestimmt ist, wenn du anfängst. Und dann gehst du hin und übst einfach das, was du dir vorher festgelegt hast. Du machst einfach eine kleine Liste. Wenn ich Zeit habe zu üben, übe ich. Bumm, 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 bumm. Fünf Sachen. Und dann suchst du dir eine aus, auf die du Bock hast, übst sie. Fünf Minuten. Mach das mal vier Wochen lang. Mach genau das, was ich gerade gesagt habe. Nur mit den fünf Minuten. Mal vier Wochen lang. Und dann sprechen wir uns wieder. Und dann suchst du bitte dieses Video und schreibst mir einen Kommentar drunter, was es gebracht hat. Würde mich wirklich enorm interessieren. Ansonsten nochmal kleine Schleichwerbung. Es gibt jetzt meinen Kurs effektiv üben. Der ist verfügbar im Abo momentan exklusiv und wird wahrscheinlich, vielleicht, im Januar erscheinen als Einzelkurs. Alles klar? Das war es zu diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Scharf. Danke. Wenn nicht, zweimal den Daumen nach unten, um es mir so richtig zu geben. Ansonsten Kanal abonnieren, Glöckchen drücken. Und dir vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. 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 Vielen Dank.